Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte. Heute habe ich das Märchen Frau Holle für euch mitgebracht. Macht es euch bequem und lasst euch verzaubern. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, viel lieber, weil sie ihre leibliche Tochter war. Die andere aber war ihre Stieftochter, musste alle Arbeit tun und der Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße neben einem Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihr das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war, da bückte sich das Mädchen in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Die Spule sprang ihr aber aus der Hand und fiel hinab in den Brunnen. Das Mädchen weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schallt das Kind aber so heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach, hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf. Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es tun sollte. In seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Sie verlor die Besinnung und als sie erwachte und wieder zu sich kam, war sie auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausende Blumen standen. Auf dieser Wiese ging sie weiter und kam zu einem Backofen, der war voller Brot. Das Brot aber rief, »Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken.« Da trat das Mädchen heran und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging sie weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel, und der Baum rief dem Mädchen zu, »Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.« Da schüttelte das Mädchen den Baum, sodass die Äpfel wie Regen fielen und schüttelte, bis keiner mehr oben hing. Und als sie alle Äpfel auf einen Haufen zusammengelegt hatte, ging sie wieder weiter. Endlich kam sie zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte Frau. Weil sie aber so große Zähne hatte, wurde dem Mädchen Angst und Bange, und sie wollte weglaufen. Die alte Frau aber rief ihr nach, »Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll es dir gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt, denn ich bin die Frau Holle.« Weil die Alte ihr so gut zusprach, fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Sie besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf, sodass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte sie auch ein gutes Leben bei ihr, kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war sie eine Zeit lang bei Frau Holle. Da wurde sie traurig und wusste anfangs selbst nicht, was ihr fehlte. Endlich merkte sie, dass es Heimweh war. Obwohl es ihr hier gleich vieltausend Mal besser ging als zu Hause, so hatte sie doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte sie zu Frau Holle, »Ich habe den Jammer bekommen. Und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu den Meinigen.« Die Frau Holle sagte, »Es gefällt mir, dass du wieder nach Haus verlangst. Und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen.« Sie nahm das Mädchen bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor schwang auf, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen herab, und alles Gold blieb an ihr hängen, sodass sie über und über davon bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist,« sprach die Frau Holle und gab ihr auch die Spule wieder, die ihr in den Brunnen gefallen war. Darauf wurde das Tor verschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von ihrer Mutter Haus. Als sie in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief, »Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier!« Da ging sie hinein zu ihrer Mutter, und weil sie so mit Gold bedeckt war, wurde sie von ihr und ihrer Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihr begegnet war, und als die Mutter hörte, wie sie zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen, hässlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Damit ihre Spule blutig wurde, stach sie sich in die Finger und stieß sich die Hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selbst hinein. Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging auf demselben Weg weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder, »Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken!« Die Faule aber antwortete, »Als hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen!« und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief, »Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif!« Sie antwortete aber, »Du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen!« und ging einfach weiter. Als sie vor das Haus der Frau Holle kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte, und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag strengte sie sich an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie es sich gehörte, und schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Das ärgerte Frau Holle bald sehr, und sie kündigte der Faulen den Dienst. Die Faule war damit aber zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen über sie kommen. Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, doch als sie darunter stand, wurde statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech über sie ausgeschüttet. »Das ist zur Belohnung deiner Dienste«, sagte Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn, der auf dem Brunnen saß, rief, als er sie sah. »Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier!« Das Pech aber blieb fest an ihr hängen, und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn die Geschichte dir gefallen hat, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Geschichten zu verpassen. Teile deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren mit, und wenn du Freunde hast, die ebenfalls Freude an solchen Geschichten haben, teile dieses Video gerne mit ihnen. Wir freuen uns darauf, dich bald wieder hier auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!